Heute eine Cutscene! Nun sind wir hier bei der Halloween-Veranstaltung Phantasmagoria. Miss Fortune wird sich freuen und wir werden das auch. Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Little Miss Fortune. Was im letzten Part passiert ist, ja, so einiges. Zum einen sind wir in den Zoo gegangen, hatten einen kleinen Zoo-Besuch, um dann die Adresse von Benjamin herauszubekommen, wo er wohnt. Die haben wir jetzt bekommen und es soll irgendeine Möglichkeit geben, von hier aus mit irgendeinem Schiff dorthin zu gelangen. Wie das Ablauf wird, weiß ich nicht. Das ist natürlich. Was ist denn hier? Ist das ein Skeleton? Crap! Sieht eigentlich richtig cool aus. Also, ich mag das ja. Ich mag auch insgesamt so Halloween und das alles. Oh, der Clown, ey. Gleich. Wir machen gleich den Glitzer. Ich will aber erstmal das Ticket aufheben. Oh, da freut sie sich halt wirklich. Wie schon gesagt, wir müssen mit einem Boot, Schiff irgendwie zu der Adresse von Benjamin gelangen. A ghost? Damn, that's creepy. Miss Fortune, please mind your language. But I got scared. It's totally understandable. That's no excuse. Okay. Wie schon gesagt, das ist so süß mit den beiden, ey. It said, welcome to Phantasmagoria. Oh, thank you. Und jetzt kommt der Glitzer. Schon irgendwie cool. Können wir auch nochmal auf den Clown reagieren, ja. A creepy clown? That's creepy. Sehr gut. Oh, Ballons. I love Ballons. Just so you know, that I love Ballons. Okay, Miss Fortune. Ja, Pennywise mag auch Ballons. Vielleicht treffen wir ihn ja. Hey, you from the other side. Ja. Miss Fortune deserves to have a fun time. So try to make the right choices for her. Alright? Jetzt fühl ich mich ein bisschen unter Druck gesetzt. Hm. I just have one ticket. So I can just ride one ride. I'm gonna look around first. Alright. Ach so gilt das Ticket. Ah, okay. Oh, Mist. Dann müssen wir uns halt wirklich gut entscheiden. Eww, you know. Once I saw a documentary on TV about hot dogs. And now I don't want to eat hot dogs. Ich hab auch noch nie hot dogs gegessen. BOO! Aaaaaaaaah! Sorry about that. I was just trying to pull your leg. If you do it one more time, I'll just shot my Ice Dye and see nothing. Okay. Darüber hab ich mich jetzt aufpasst. Ein bisschen aufpasst. This looks like Benjamin, but creepier and angrier. Stimmt. Ist der eine Steinde. Neaaa. Natürlich. Natürlich, Alter. Da ist irgendeine Büne. Und hier ist auch wieder, das konnte man jetzt eben gar nicht sehen, nochmal ein Plakat, oder nochmal so ein Poster von den ... Ah, wir haben nur eine Möglichkeit. Aber das wäre auch mal interessant, mal hier rauszukriegen, was man alles hier machen könnte. Das ist ein Ticket. Also da könnten wir Carousel fahren. The mean children at school say that I have a pumpkin head. I can see the resemblance. The what? Nothing. Oh, okay. Okay. Gut. Ja, haben wir so einen kleinen Stand. Candy, coffee. Das Menü kann man nicht richtig sehen. Ah, the smell of brisly. My candy is delightful. Ah, yes. Too bad we can't afford any. There's some candy on the ground. And I could use the party hunt to make my own mixed candy cone. Come on, Miss Fortune. Don't even think about it. I'm doing it. Ugh. Are you really gonna eat some of it? Mmm. Oh, Gott. Oh. Willst du das echt essen? Ja oder nein? Ähm. Also, ich persönlich würde es nicht machen. Nee, komm, wir machen es nicht. Ey, oh no. Yikes forever. I was just kidding. Ah, you almost had me there, Miss Fortune. I'm a fondly little lady. Und apropos Candy. Ich finde ja auch so gebratene Mandeln oder so. Ey. Göttlich. Oh, wir haben ja auch, Gott. So ein Horrorhaus. Oh, wahrscheinlich auch nur für ein Ticket. Ah. Da. Das ist... Ich würde das so gerne mal ausprobieren, aber... Wir haben eine Mission und die Mission machen wir auch. Das wäre schon mal interessant. Oh Gott. Vielleicht mache ich das mal als Video, weil... Wir haben jetzt schon zwei Sachen hier gehabt, wo wir unser Ticket hätten auflösen können. Äh. Aber ich will unbedingt auch mit diesem Schiff fahren. Before we leave. Don't you want to use your ticket? Ah, yes. My ticket. Of course. Ah, wir können gar nicht weiter. Oha. Okay, gut. Dann habe ich nichts. Okay. Entweder ein Karussell oder ein Horrorhaus. Ich würde natürlich persönlich ins Horrorhaus gehen. Kannst du es jetzt hier noch name? Ja. Ich gehe ins Horrorhaus. Oh, sweet. Das Hunted House muss be terrifying sein. Ist das die Reise, die du dein Ticket auflösen möchtest? Ja. Definitiv. Ich möchte ins Horrorhaus. Ja. Alright then. Have a pleasant ride. Und was passiert jetzt? Ich wollte so eine Cutscene. Oh. Okay. Oh. I don't feel so good. I'm feeling lazy. You think you're going to puke? I don't want to. But the Roy went too fast. It was fun. Alright. Good. Take a deep breath. And you'll soon feel better. Okay. Good. Good. Now. Let's go find that boat. That boat? Okay. Okay. I'm okay. Oh. 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 There's a bunch of games here. Can I play one? Oh. Of course. You must play one before we leave on the boat. I just love it here. Don't you? Oh. 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 I want to play a game now. Und lass mich raten, wir dürfen uns nur eins aussuchen. Hier haben wir eins mit irgendwas abschießen. Hier ist was mit, ähm, wie dieses Art Maulwurfspiel. Hier ist so eine Wahrsagerin. Oh, das ist voll cool hier. Ja. Hier haben wir einen Snackautomat. Und hier ist ein Geist. Ach. Cute. Also hier können wir irgendwas rausholen. Irgendein Einhorn oder so. Hier ist eine Wahrsagerin. Hier sind Ballons. Mr. Voice, can I get a Ballon? Because my mommy never gave me one. So maybe you can give me one. Well, you know we can't afford any, but... Look! What's that? A floating Ballon! For food! Is it for me? Yes! Okay. Thank you. Da ist der Ballon hier. Oh. Here's my luck. Oh, Miss Fortune. I'm sorry about the Balloon. Don't worry. Thank you anyway. Why? Oh. Weil vorhin habe ich das halt nur bemerkt, als uns Mr. Voice wieder angesprochen hat, dass der Ballon weggeflogen ist. Und... Aber... Oh. Auch wieder halt nur eins. Und das ist halt auch wieder kacke. Ähm... Fortuna... Whack a fox. Ich wollte ihr das glaube ich nicht zumuten mit dem Fuchs, weil zum einen, sie hat immer noch irgendwie Gefühle für Benjamin. Und bei dem... Und bei dem... Oder was steht da? Danger! Jetzt mit richtiger Munition. Lese ich das richtig? Oha! Also wie schon gesagt, hier müsste sie halt so einen Fuchs erschießen auf Hochdeutsch. Hier müsste sie allen auf den Kopf hauen. Und da ist glaube... Die Wahrsagerin noch das harmloseste. Wir machen einfach das. Sweet! A fortune teller! Can I try, Bill? It looks like you need a reward ticket. Ähm... Okay. Was brauche ich? Hast du ihn wieder für ein Ticket? Willst du mich? Nochmal, darf ich es nicht. Sweet! A fortune teller! Can I try, Bill? It looks like you need a reward ticket. Ähm... Okay. Ein Ballonsticket. Was ist das hier? Check those sweet rewards! A golden chocolate coin. A cute tiny skirt. And a doll. Ah, dammit. I'm kind of low on reward tickets. Ach, wir müssen... Ach so, wir müssen eins von den Spielen machen, oder? Ah... Das können wir dann entweder sie machen, oder hier das. Und weil da die Puppe drin ist, glaube ich, dass ich da diesen Automaten mache. Brauche ich... Da brauche ich... Da bin ich halt noch drei Tickets. Ähm... Aber ich glaube, ich würde dann doch eher das nehmen, weil das hat was mit Schießen zu tun. Und ich glaube, für sie wäre das ein bisschen super cool. Check this out. I can get a reward ticket if I win. I'm gonna play this. Please. Go ahead. I can't wait to see what it's about. Are these tiny foxes like Benjamin? They're dangerous foxes. Pretend they all stole your eternal happiness. And whack them. Whack them. Whack them. Okay. Sorry. Dammit. Don't do it. Don't do it. Dammit. I didn't win. Well. You can try as many times as you want. Ah. Okay. again. Another one. Another one. Yes. And we are with him in the outstop. We are going to go now. Yes. Sorry. I know I missed. Wir haben ein Ticket bekommen. Ist das nur eins jetzt? Ja, wir müssen aber nochmal. Ach, das kann ein Waldchen jetzt dauern. Bis gleich. So, wir haben jetzt drei Tickets. Ich beende das jetzt hier. Weil die Musik dann auch langsam genervt hat. Wir haben jetzt drei Tickets. Ich würde gerne weitermachen, aber ich würde mir gerne doch mal hier die Puppe in diesem Automaten reinböllen. Ich möchte gerne die Puppe haben. Oh, one of those dolls again. I want it. Und das ist die Nummer 5. Wie ihr vielleicht schon in den anderen Parts gemerkt habt, habe ich die Nummer 2 vergessen. Schauen wir mal. Die Realität wird sich in das verwandeln, was das Kind sich am meisten bewirbt. Okay, das hat definitiv was mit uns zu tun. Reality will transform into what the child desires the most. Ah, really? A desire, you say? I like desires. What did you choose? Nothing. Na, was ist denn jetzt? Wir können doch jetzt weiter, gell? Eigentlich schade, ich wollte auch noch hier das ausprobieren, probieren, aber wir müssen weitergehen. Lassen Sie zurückzählen. Und hier, oh! Was ist das? Sven Lake. Das sah mir jetzt fast hier so aus wie Nessie. Aber... It says you need one golden coin to ride the boat. Huh, okay. Oh, really? Echt jetzt? Really? Na gut. Wo war jetzt eben der golden coin? Das war auch hier das Ding, gell? Wie viel brauchten wir dafür? Nur ein Ding, oder? Ich will doch mal schauen. Ja, ein Ding. Ein Ticket. Machen wir doch mal das alte Ticket noch. Weil irgendwie geht dann so ein... Diese Melodie dann auch auf den Käse. Sozusagen. Ach, ne, wir... Oh, wir können doch auch sprinten. Oh, ich... Dann... Holen wir uns doch mal... Das ist aus Schokolade. Nee, das zählt jetzt nicht. Ey, ich weine. Gucken einfach mal. Was uns jetzt hier braucht. Oh! Hello there! Du siehst ja. Sehen sie so aus. Und das sieht so geil aus. Check this boat out. It's like a black swan. How cool is that? Really, really cool. Tell me about it. Anyway, this boat will take you where you need to go. You mean to Benjamin's house? Yes, and it's just one golden coin. I got this sweet chocolate coin reward. Is that good? I don't think that would... Well, see, it's fine. Oh, look at that. Well, are you ready to leave? In Phantom of the Warrior bleiben, oder... Wir können hier nichts mehr machen, deswegen... Haben wir mal mit ihm. This is going to be so cool. I hope we don't get attacked by a virus, though. Or the Kraken. What's a Kraken? Well, if you see it, you'll know. But tell me, I'm curious now. We don't have time for that, Miss Fortune. Just forget it. Wir treffen doch jetzt keinen Kraken. But now I'll think about it forever. Oh. Das sieht so geil aus. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt, wo wir... Oh, Kraken. If you appear in front of me, I will see you. And if I see you, I will know it is you. Sweet Kraken, come up in front of me right now. Oh, what's a freaking Kraken? Hey, this place is very quiet. Is one allowed to talk? Anyway, I was thinking... Is the Kraken available for petting? You know, like... Some pet doggies, some pet kitties. I want to pet the Kraken, if it's possible. Well, I heard you could lure it out with fish. With fish, you say? Well, I don't have any fish on me. I guess I won't be petting the Kraken. Was that the fish from the bridge? I think he is happy because I saved him. You remember I saved him from the bridge? Remember? Yes, I remember. Did you see the kiss he gave me? On my mouth? Because he was in love with me. Because I saved him. Somebody loves me. Hey, Mysterious. Are you taking me now to the house of Benjamin? You know, that blue-eyed, soft, fluffy fox who happens to be a great artist and stole my happiness? The music is my support. You don't seem to want to talk about it. And why is that ukulele coins? That's how you pay for your rent and food, right? Miss Fortune. Just leave him alone. No, he wants to hear. Anyway, do you like to eat sushi? I know about sushi because I have a Japanese ghost friend. By the way, can you speak Japanese? I need some translations. Do you know what this meal is? Kiribadokudasuka! So you don't know, huh? You know? I've never been outside this late by myself. Do you go outside by yourself this late every day? I am going to eat my chocolate corn because I'm a bit hungry. Ah, stop talking! Ah, why should I stop talking? Nobody else is talking. Hi, Mysterious, where are you going? Oh no, can he swim? Hello? That's what happens when little ladies ask too many questions. It makes people want to drown themselves. Ah, stop it. I'm pretty sure he'll be fine. Look, we have arrived. So, where are we now? I don't know. Let's go back here. A lot of, a lot of stuff. Check that out. It's the toy graveyard, I'm telling you. Whatever you say, Miss Fortune. What time is it? It's getting really dark. Mr. Voice, are you there? Hello? There's something wrong here. Something very wrong. What's wrong, Mr. Voice? What do you mean? It's coming. Hide, hide. I don't know why you're playing, but if you scare me, I'll close my eyes. Wie, wo denn verstecken? Hallo? Ada? Wo denn verstecken? Mr. Voice? Hallo? Oh, damn it. My little foot got stuck. Oh, God. It's the monster, Mr. Voice. Can you see? Can you see it? Leave me alone. Oh, God. What are you running away from? Is it the fox? I'm pretty sure it was the fox. No, it's the monster. I saw it again. You don't know what you're talking about. Yes, I do. I saw it. What? Don't make any sudden moves. I'm going to kill myself first. I'm going to kill myself. Don't touch her when you're filthy paws, you beast. Stop it. You're scaring him away. Don't leave, Benjamin. Let's get you up. If you keep running, you'll end up badly hurt. And I don't want that. You're too important. But I want to find Benjamin. He was nice to me. Trust me. He's dangerous. Stop running, please. I'll stop to listen to Mr. Voice or continue to listen to Benjamin. I'll stop to listen to him first. All right. Thank you. That could have ended badly. Now, watch your step. There's a bear trap up ahead. You don't want to get stuck in one of those. Hurts like hell. Who would leave a bear trap here? I haven't seen any bears. Well, I don't want to point any fingers. But it was obviously the fox. Also, I don't like the fox. I have what you call foxophobia. Is that true? Yes, I swear. Now, let's focus on the eternal happiness again. Huh. All right. And I'm sorry for everything. What if we're going to do this again? All right. I'm sorry. Oh god. Was ist das denn jetzt irgendwie vorbei oder so? Oh, das macht mich über Bobsee, du weißt? Did I show you Bobsee, the teddy, in the secret spot? He will be very sad to know about this, you know? These bear traps, because he's a teddy bear. He lives in a world of fantasy, where there are no bear traps. And if he will go in the woods, he will see this and not know he's dying. Now I see Bobsee being killed by a bear trap. That's how it is now. He's dead. Bobsee died. What are you talking about? About Bobsee, don't you listen? Let's keep going now, Miss Fortune. Bye Bobsee, trapped dead in the bear trap. This one looks like the other one, that didn't look like the other ones. You see? Yes. So you know? Yes. Haha. What's this? It doesn't say anything. Okay, und ein Stück fehlt wieder, dann müssen wir uns das nicht noch mal anschauen. Dann gehen wir weiter. Und schauen mal, was jetzt noch kommt. So, Miss Fortune, I have a couple of questions for you. Are you ready? Yeah, I'm ready. Wonderful. Now, just be honest and think about it before answering. First question. Do you believe in magic? Sie glaubt an Magie. Das ist dieses. Sie glaubt an, oder? Ich glaub sie glaubt daran. Yes, yes, I do. When Mommy and Daddy scream, I go to my secret hiding spot. And in my secret spot, they never drink juice and never scream at me. That's magical, don't you think? Oh, yes. Yes, it is, my sweet child. Moving on. Second question. Do you trust me? I guess I can only hear you in my head, and I trust my own head. So, yeah. That makes me so happy to hear, Miss Fortune. Well, anyway. Now for the third question. Are you afraid of dying? Sie hat ja schon auch am Anfang immer so, schon so irgendwie so gefragt gewirkt, so wie, ich soll sterben. Weil sie das halt am Anfang gehört hat, dass sie angeblich sterben wird. Ich glaub, sie ist schon ein bisschen unsicher. Deswegen würd ich auch jetzt wieder sagen, ja. Yes, I am. I don't know if I would like being dead. It's like, too mysterious, you know? What if I can't bring my glitter? Well, I guess you'll find out when you die. Looks like there's going to be a storm. Oh, no. I hope it doesn't rain that much. I don't like my feet getting wet. I'm a little lazy, you know? Thank you, Min. Stay cool, Miss Fortune. I'm cool. I'll keep an eye out here while you go inside and look for clues. I'm sure the fox has hidden the eternal happiness here. Make sure the cabin is empty. And if you see the fox, run. All right. Okay, hier speichern wir nochmal. Und dann beende ich euch jetzt diesen Part. Leute, wenn euch wieder dieser Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part von Little Miss Fortune. Leute, bis dahin. Ciao. 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 Ciao.